Mit Tom Neuwirthalias Conchita. Ich habe 2017 den Amadeus moderieren dürfen, also den österreichischen Musikpreis, und habe mich im Zuge dessen mit der österreichischen Musikszene auseinandergesetzt. Und zu meiner Scham muss ich gestehen, das habe ich vorher nicht gemacht und habe viele Neuentdeckungen erlebt. Unter anderem Ann-Kathie Koi. Ann-Kathie Koi ist eine unglaublich talentierte Sängerin, die auch kompromisslos sie selbst ist, einen sehr speziellen Look hat, eine klare Vision von ihrem Leben, wie sie sein will und wer sie ist, und tollen 80er Pop macht. Und ich glaube, wenn man die Ann-Kathie einmal live gesehen hat, verfällt man ihr. Wenn man sich ihre Videos anschaut, sieht man, was die für ein kreatives Know-how hat und wie gescheit die ist. Und eben obendrauf noch diese wahnsinnig tolle Stimme. Und einer meiner Lieblingssongs von ihr ist Hurricane, weil der sowohl unglaublich melancholisch ist, wie normal, und eine unglaubliche Kraft hat und vom Selbstwert singt, und dann einfach in einer grandiosen 80er Pop-Nummer endet. Also mehr kann man sich nicht wünschen. Hurricane ankert die Koi.